Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich handele 6 Sekunden bis 2 Minuten, mein Starttrade beträgt ca. 1000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trademeter Trader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Unter Rücksichtigung der Tagesnews und meiner 7 Indikatoren. Euro, US-Dollar sieht ganz gut aus, hier steige ich ein und nochmal und gegebenenfalls noch ein drittes Mal bzw. viertes Mal. Steige nochmal ein. Steige nochmal ein. Aktuell sind alle 3 Trades im Gewinn. Der Kurs prägt noch weiter, noch 10 Sekunden. Zwei Trades sind im Pack gelandet, aber den dritten Trade habe ich gewonnen. Das heißt, dass ich einen schönen Gewinn erzielt habe. Wenn du auch endlich erfolgreich traden möchtest, dann kannst du dich noch bis 31.12.2021 für mein Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat via E-Mail bewerben. Ab 2022 ist das nicht mehr möglich. Auch die Kursgebühr muss bis zum genannten Zeitpunkt vollständig beglichen worden sein. Solltest du dann in die engere Wahl kommen, erhältst du eine Einladung per Mail zum Vorstellungsgespräch via Skype. Bis zum nächsten Mal. Adios.